Ich rette den. Ich rette den. Nice. Ich habe ihn gerettet. Ich habe ihn gerettet. Oh, er ist tot. Ich habe ihn gerettet. Oh, alle sterben. Was ist los? Hallo Leute. Seterio ist back. Von den Legs. Ins Glück. Yeah, hier steht nämlich nichts mehr und ich weiß nicht, ob das so sein soll. Aber der Bildschirm ist irgendwie verrutscht. Ich glaube, da fehlt ein Stück. Auf jeden Fall. Ich bin Golden Game und wir spielen eine weitere Runde. Leg frei, hoffentlich. Seterio. Oh. Was ist das für ein Rand? I don't know. Was soll das? So, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, was das für ein Balken ist, aber ich schneide ihn einfach raus. Der war nämlich ein Balken. Ihr habt ihn dann leider, also wahrscheinlich nicht gesehen, weil ich ihn rausgeschnitten habe, aber egal. Wir spielen jetzt hier eine Runde. Seterio. Oh ja, what? What? Was hat denn der da oben für einen Highscore, bitteschön? Alter, das muss ich mir genau angucken. Wie viel? Die Zahl ist so riesig. Warte. 2, 2, 2, 5, 5, 5, 1, 3, 4. Ah, okay. 1.050, 1.500, 1.002 Millionen, 2, 20, 22 Millionen Länge. Das ist ein paar Jahre. Was ist denn da? Auf jeden Fall läuft's gut. Das ist gut. Das wollen wir doch sehr reden. Na, was wollen wir sehen? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Na, es läuft sehr, sehr gut. Und flüssig. Kann ich mich nicht mehr stören. Kann das auch sein, dass... Ja. Die bewegen sich noch gleich schnell. Okay. Ich dachte schon, man bewegt sich jetzt schneller. Ja, ab und zu gibt's keine Ruckler, aber... Es ist so hart wie letztens, als ich das getestet habe. Da ist mir auch die Aufnahme... ...beslungen, sag ich mal. Und hat kaum aufgenommen. Und ja... So ist das halt. Jetzt sind wir in einer neuen Runde mit viel, viel mehr Erfolgschancen. Da hast du nicht lag. Weil es gibt lag Freaks, die können echt gut mit lags spielen. Ich gehöre nicht dazu. Weil ich habe kaum lags. Man kann also nicht das trainieren, was die anderen trainieren. Mit ihrer Bambusleitung. Aber, falls ihr sowas habt, ist es natürlich nicht schlimm. Man kann auch Spaß mit einer etwas schlechteren Leitung haben. Ich habe jetzt auch mal die Musik ein bisschen vorgespielt, damit sie nicht so wirklich lang hier am Start ist. Oh, da war noch Nass da. Hopp. Noch mehr. Noch mehr. Noch mehr. Nice. Alter, nice. Ich helfe dem Typen. Ich werde ihn retten. Ich werde ihn retten, Leute. Das ist meine Hilfe-Aktion. Direkt politisch. Ich rette den. Ich rette den. Nice. Ich habe ihn gerettet. Ich habe ihn gerettet. Oh, er ist tot. Ich habe ihn. Ich hatte ihn gerettet. Oh, alle sterben. Was ist los? Alter, alle kacken ab, Jungs. Und alle tot. Ich habe gewonnen. Epic Win. Woo. Der real... Eh. Coming Back is real, Alter. Meine Rache zahlt sich aus. Tralala. Nice. So, Leute. Fast 10.000. Nur das Helfen anderer Leute. So macht man das, das Ethereo. Als kleiner Tipp für die Leute, die es nicht so gut spielen können, holy shit. Ja, wir sind auf Platz 9. Rang ist der. Nice. Nice, nice, nice. Nice. Haben die noch Lacks oder was los? Ich habe keine Lacks mehr. Das ist gut gewesen, das war sehr gut. Ich glaube, der andere Typ hat sich aber echt aufgeregt, der Team bekommen habe. Nämlich, jetzt sind wir schon auf Platz 6. Der Wii kann man jetzt wieder auf Platz 7, aber... Coming back is real. It's real. It's real. Real. Holy quacken shit. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Wir sind auf Platz 4, nice. Geil. Top 5. Top 5. Jetzt sind wir wieder auf Platz 5, aber Top 5 waren wir schon. Weiß nicht, ob wir höher waren, aber Top 5. Geil. Geil. So viele Punkte. Nice. Nice. Heißt, Platz 3, Leute. Top 3. The Recon is back. I'm back. I'm back. I'm really, really back. Nice. Gut, dass der mich nicht gekillt hat. Nice. Okay. Platz 2 geht los. Platz 2. We'll come. We'll come back. We'll come. We can't schaffen auf Platz 1. Stopp fest an uns. Ich glaub daran. Ich bin so riesig. We can't schaffen. Oh shit. Ich hab Angst. Die wollen mich. Ah. Ich werd nicht sterben. Ich bin nur noch Platz 2. Okay. Das ist meinst. Das ist meine erste Runde. Übrigens. Nachdem ich das hier. nach Lackbrenn Labservern hier Spiele nur so zur Info bestimmt statt der braunen oder? ok, ich muss mich fett konzentrieren nice, ganz viel Stuff wir sind immer noch Platz 2 mit fast 20k ich will noch Platz 20k bekommen Leute Platz 3 abgestiegen nein ja 20k boom, boom, boom ok ja das wärs dann noch Leute ich hoffe dir dieses kurze Video hat euch gefallen es war erfolgreich Platz 2 über 20.000 ja wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wenn nicht, dann nicht und abonnieren nicht vergessen wenn ihr nichts mehr verpassen wollt jeden Tag versuche euch ein Soterio Video zu bringen also bleibt dran und guckt wann es kommt ich hab nämlich immer Zeit also bleibt einfach dran abends meistens eher so also immer abends ausschalten bis dann ich bin raus euer Golden Game Ciao bei aber ich Vielen Dank.